Die riesige Galaktika beherbergt die letzten Überlebenden der menschlichen Rasse. Sie stammen von einem fernen Planeten, der Erde. Sie wollen alle Menschen im Universum vernichten. Und eines Tages werden auch Sie dran sein. Die lassen mich leben. Die verstehen meine Arbeit. Aber Sie wollen nur zerstören. Ja, es sind nämlich Ihre Kinder. Das Radar hat an den Zilonjägerstaffel geordnet. Wie viele? Eine geschlossene Anflussfond. Sie bedrängen uns bereits. Kampfstation. Wir fielen an blauer Staffel. Mach gut wehen. Ja, ja, ist schon. Schützt die Frachter. Galaktika an blauer Staffel. Angreifen. Schützt die Frachter. Haben unsere Jäger die Galaktika angegriffen? Ja, aber sie werden nicht genug Treibstoff zum Rückflug haben. Den Angriff sofort stoppen. Balkra, sollte ich Sie missverstanden haben? Ich sagte stopp den Angriff. Wir zwingen dadurch Adama zu glauben, dass wir näher dran sind, als wir in Wirklichkeit sind. Sehr geschickt, ziemlich hart für unsere Fliege, aber sehr geschickt zu Ihren Diensten. Warum ziehen Sie sich zurück? Was bedeutet das? Sie werden uns wieder packen wie wilde Tiere. Wie viel Zeit, glauben Sie, hat der Landungstrupp noch für seinen Auftrag? Nebensache. Wir müssen weiter fliegen, genau. Die riesige Galaktika beherbergt die letzten Überlebenden der menschlichen Rasse. Sie stammen von einem fernen Boden, der Erde.